So, dann bin ich jetzt auch mal soweit. Du bist schon drauf, ne? Mhm. Und schon jemand getötet. So, dann bin ich jetzt auch mal soweit. Oh, mein fucking Stream ist schon wieder von selbst angesprochen. So, jetzt. Und wir haben, glaube ich, noch Elektro unten. Da traut sich Diablo ja nicht hin. Zumindest schon, aber er will immer am Airfield ewig campen. Und da passiert aber immer nichts. Das eine machen wir, glaube ich, zwei Stunden da rumgehangen und haben nicht einen Typen für die Flinte gekriegt, ne? Na, jetzt habe ich einen. 300 Meter. Hä, lol. Ist der Epoch-Server nicht da? Der Einser? Ich bin gar nicht auf. Ich bin auf der E1000. Ach. Ja, ich auch. Ich versuche zu gucken hier, aber irgendwie finde ich den gerade nicht. Filter? Ja, habe ich richtig immer. Er zeigt mir den hier nicht an. 60 von 90, doch da ist er. War gerade ein Restart, ne? Hm. 64 Minuten. Hm. Hm. Ja, aber ich werde sein. Äh. Vielen Dank. Ich habe das Bild jetzt wieder unten links hingemacht. Ich hoffe, das geht so. Wenn ich nochmal laden würde. Diese Info. Ich kann gerade nicht sprechen, das sind zwei Leute. Okay, hast du die Sprechen-Taste aktiviert? Nö. Da siehst du. Ich musste mich hier konzentrieren, noch einer lebt. Du bist beim Airfield oben, oder was? Äh, ich bin aber gerade in die Stadt runtergegangen. Fibor oder Lopatino. Da schießt direkt einer. Ich sehe noch kein Bild. Oh scheiße, hier war ich gestern. Ups. Ich bin ein Elektro. Und meine Knochen war... Nein. Komm schon, Mann. Nein. Dann ist brauche ich auch mal da unten. Bin ich gerade draufgegangen. Aber wenigstens noch drei mitgenommen. Elektro ist aber hartes Pflaster, ne? Ne, ne, ne. Ui. Ne Busch, AGR, hast du ja nicht gesehen. Ui, schickes Ding. Da freue ich mich doch. Ups. Ich muss mich erst mal drauf klarkommen hier von Counter-Strike zu DayZ gerade. Oh, hier liegt noch einer. Ne. Nicht auf mich schießen, spawnen und down. Ehrlich? Mhm. Okay, pass auf, ich bring dir ne Waffe mit. Ähm, wo kannst denn du landen? Ich bin in Groundsboro. Und wo bist du gelandet? Freiwehr. Welche? Mitten in der Stadt. Okay. Warte mal, ich tagge dich mal eben. Weißt du hier immer noch so? Kritt. Okay. Okay. Ich gehe jetzt, versuch schnell den Mixer zu kriegen. Naja, den haben sie schon. Toll. Nimmst du mich gleich mal eben an? Hm, gleich. Muskelzindeckung. Wie gesagt, eine ordentliche Knarre für dich habe ich mit dabei. Oh, hier ist sogar ein Military-Zelt. Ja. Ach, da hinten bist du, okay. Ich guck mal schnell in die Military-Zelt, ob hier noch was ist. Was ist das? Die G36C, SD ohne Muni. Da liegt auch noch irgendwas. Eine SA... Was ist das? Eine SA58C-CO. Achso, das ist so ein Billigteil. Hier ist noch ein G36MG. Ach, die willst du, glaube ich, nicht. Kann mal gucken, was für die Muni die... die dabei hat. Ah, MG36. Okay. Bist du safe soweit? Nein. Nein. Ich hab ihn und er hat mich. Scheiße. Ich mach wieder Ground. Ich geh ins Gefängnis rein. So, jetzt bin ich hier. Ja. Ich seh dich. Komm nicht zum Gefängnis. Warte da drin. Warte da drin. Wo bleibst du? Hm? Hm? Wo bleibst du? Ich renne gerade zu dir. Hm? Ja, ich bin hier. Wop, wop, wop. So, warte, ich leg dir eben hier so kurz ne Knarre hin. So. Hä? Ja, genau. Warum hatten die jetzt die Stunnerg-Magazine mit rausgeknallt? Weil die wahrscheinlich beide Stunnergs fressen. G36? Nee. Achso. Ja, wenn du deine Waffe erblickst, tut er die Magazine automatisch mit. Achso. Ja, hier die Waffe kannst du nehmen. Dunkel. Du kannst sie auch aufm Rücken packen, ne? Ja. Hm. Scheiße. Boah, ich hab ne Desert Eagle. Cheers, go. Bam, juhu. Spinner, ey. Boah. Da ist nicht mehr großartig was. Jetzt redet hier ein Zombie her. Noch eine. Boah. Hm? Ich hab Disconnect. Oh. Ja, du rennst bei mir mit auf der Straße rum. Okay. Ja. Dann ist gleichs Ende. Dann ist gleichs Ende. der Internet weg. Okay. Aber das war bloß wieder so ein kurzer... Da du hast Battle I clear and not responding, steht bei mir. Nö. Ja, war bloß ein ganz kurzer, aber es hat gereicht, um mich rauszuhauen. Scheiße. Die pallern hier wieder wie blöd, ey. Die pallern hier wieder wie blöd, ey. Was auch wenn du wieder drauf bist. Oh, da kommt ein Zombie rein. Alter. Menno. Bin noch nicht bereit zu sterben. Da steht ein Heli. Da steht ein Heli. Hm. Äh. Sind die Besitzer? Zwei sogar. Bist du schon wieder bei mir, oder was? Ich muss dich nochmal taggen, glaub ich. Ja. Ich bin noch gar nicht gespawnt, glaub ich. Achso. Ich bin grad auf Stream drauf. Ja. Einfange die Daten, steht noch. Ja. Ich meinte oft zu stöhnen da, du... ... 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 Die Waffe nicht mehr Ist das meine Waffe nicht mehr? Nö Scheiße Wow Alles gut Kommt schon wieder ein Zombie rein Meneer Hm Inventar ist er auch nicht Ja das hatte der aber auch letztens Scheiße Ah warte ich kann nicht grad hier taggen Geht täglich Hm Tag aus Freight Na komm mal mit Was Woah Nie Und dass Das Nein, hier ist ein Zombie am Rumbacken. Ja. Keiner hier. Das ist glaube ich Muni für mich. Ne, Saiga. Ne, doch Sternhack da. Da hier in dem Fabrikgebäude da vorne, da kann man eigentlich immer ganz gut Waffen abkäufen. Hä, bin ich jetzt in dem Eingang vorbeigelaufen? Hm. Normalerweise... ... bin ich jetzt blöd. Hä? Ne, hier ist er. Ich bin dort vorbeigelaufen. Scheiße. Hier liegt nichts, außer Munition. Doch, kein Rucksack. Ich hab keine Flair angemacht. Ich hab keine Flair angemacht. Hier ist Rauch, hier ist grüner Rauch. Ja, das mag ich ja weg geworden. Oh Mann du. Ja. Oh ja, ich hab ne Waffen. Ja. Ohne Scope, aber... Besalzt nichts. Wie es aussieht. Wie so ne Kifferbude man. Hm. Loll. Vor dem Wand, Buck. Ich stand grad draußen. Schmerzmittel. Hier liegt auch nichts mehr. Hast du schon in jedem Raum drin? Ja. Den beiden oben schon. Dann gehen wir nochmal am Strand lang. Wenn du nen Rucksack brauchst, ne? Ich hab meinen da hinten abgelegt. Hab ja einen. Achso. Ich seh den bei dir halt nicht. Hm. Der Standard reicht. Ne, ich brauch gar nicht groß sammeln. Ich sterb eh wieder. Ich nehm auch immer bloß das mit, was ich zufällig auf dem Weg finde. Der Heli fliegt da hin. Nein, schon Heli. Konntest du den Heli nicht fliegen? Den da hinten hab ich nie ausprobiert. Oh. Drop. Rennst du eigentlich mit Shift oder einfach nur W? Doppel W. Hm. Du weißt schon, dass du dadurch nicht viel schneller bist. Aber schneller außer Atem. Ich renne nur mit W. Man ist natürlich nicht schneller. Nicht viel. Du kannst ja ausprobieren. Ich renne nur mit W. Ja, es geht schon, ne? Der Schnau. Auf da, Feuerwehr. Auf da, Feuerwehr. Auf da, Feuerwehr. Auf. 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 das herz gerafft ja ich hab ihn aber getroffen, einen hitter hab ich ihm mitgegeben da runter kann er nicht, wir dürfen halt nicht gespottet werden wo ist er denn? hinterm turm da unten fährt er ein fahrrad, da hinten den berg runter und da kann er nicht, der muss doch irgendwo sein, der bewegt sich nicht mehr schon wieder ein drop nein, der muss hinterm turm sitzen damit er sich eben verbinden kann man kann sich ja nur im hocken verbinden der versucht 100 pro zu spotten hinter dem turm bringt ihm ja an sich auch nicht viel er muss doch da ja, hinterm turm ja, ich hab ihn gesehen beim nächsten mal, wenn er da auftaucht, dann hol ich ihn mir da rennt noch einer zu ihm dann treff ich aber oh da ah komm 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 ich hab ihn glaub ich ja, du hast ihn ja, du hast ihn ja, du hast ihn gar nicht schockt ehrakan, 210 m ich werd getroffen das ist ein zombie lol lol oh, fucking der was ist der da? der mich die ich? er hat mich gegessen scheiße, jetzt ist der typ bestimmt fuck naja, Typ der zweite da hinten liegt noch einer da scheiße nicht getroffen ich hab die Einschüsse auch nicht großartig gesehen jetzt rennt er noch nix weg da kommt schon wieder der Wichser mit dem Fall schon da hinten fährt ein Quad runter der kommt glaubst du uns? ehrlich? mhm ja, der ist hier fährt zur Feuerwehr ne, fährt Hauptstraße entlang ähm schießt du? ja glaub ich hab's den Rad erwischt ich glaub ich hab's den Rad erwischt das ist auch gut ah ich möchte das immer mal wissen wo der andere Typ wieder hin ist der da links weggelaufen ist dass der mich nicht gespottet hat da oben im, im Tower selbst drin ist einer ich glaub ich hab wieder einen ja, Ananas und hinter dem, hinter dem Tower läuft einer rum da kommt ein Fahrrad Hauptstraße kommt ein Fahrrad, hier ja, kümmer du dich um die Hauptstraße ich behalte den Typ ah ja, okay, hier ich lieg hier viel zu offensiv alter, entweder ist das so offensichtlich, dass keiner das vermutet oder oh alter, fucking viele Zombies brennen zu dir aber richtig viele da bist du dich hm hm Dreckviecher Dreckviecher Einer ist Feuerwehrgelände rein ah, ich hab keine Unie mehr, okay wenn er wieder hoch geht, dann hab ich ihn oha du hast doch noch deine Pistelmann ja, du bist ja die immer wechselt oha haha wie du hier bei mir rumrennst, Alter ist nicht der die bekloppten Viecher, ey jetzt schießt noch irgendwo anders auf dich, ne? was? ich glaube ich hätte grad noch einen anderen Schuss gehört leckt mich Zombies da kommt schon wieder irgendein Fahrzeug da kommt schon wieder irgendein Fahrzeug das ist Auto du bist das bin ich? oh du Spinner, ey geiles Teil, ey ich fahr mal die Hauptstraße, ey vor lol hier steht einer stirb ein Zombie lol nein, das war ein Typ, wie weit der geflogen ist da oben ist noch einer, der rennt Stefan, was killt oh ah, der rennt so weit hoch, das krieg ich so nicht hin äh will der denn hin, ey schade ich geh mal hier Feuerwehr inne und schau mal ob ich da eine Waffe schnau bin ah, der rennt in den Waldebein Mist und wieder einer der hochkrabbelt ach das bist du, du Idiot ja ich wollte grad einen Schuss vorsetzen, ne dass ich hier sogar zu lange lebe dass ich hier sogar zu lange lebe Deiner meckert wahrscheinlich Deiner meckert wahrscheinlich Deiner meckert wahrscheinlich ich hab aber nichts abgekriegt an sich ich hab 12.000 Zombie Alter, hier rennt ein Spieler wo, bei dir? ja, krieg ich so nicht er bewegt sich grad zu schnell er muss einmal kurz stehen bleiben, wenns geht er rennt in die er rennt in das Bahnhofgebäude rein wahrscheinlich gleich wieder hinten raus komm vorne jetzt ja ja das denkt er sich auch mal zweimal geschossen zweimal getroffen der müsste blutend da irgendwo rumrennen und dieser Zocki hier der kommt auch von der Seite nicht da, der verbindet sich da der wollte dich grad killen ach das war wieder Anna jetzt weiß er wo ich liege, ne scheiße ja dann bleib ich hier wo ich bin und schaue in deinem Rücken ok muss aber erstmal hier runter was denn für ein Event ach keine Ahnung die machen ja dauernd so Events hier kommt schon wieder hier kommt schon wieder Fahrzeug bin ich achso hast du nicht gesagt, du bleibst da wo du bist ich fahr bloß das Fahrzeug hier hin da hinten ist wieder einer runtergekommen dann anders wahrscheinlich ach ich stell mich in das Bushäuschen rein das ist ja geil da hinten brennt's da hinten brennt's naja da haben sie grad mit dem MG rumgeballert da oben brennt wieder einer die würde ich auch nicht treffen selbst wenn ich wollte da wird der Typ eben schon gewesen sein der da hoch gerannt ist der wird abgeknallt bei uns sein und will jetzt wieder hin kacke von hier sehe ich deinen Rücken nicht kacke von hier sehe ich deinen Rücken nicht oh shit da rennt ein Sniper über die Straße der hat mich gesehen lock ihn zu mir link von dir was schießt der überhaupt den Zombie ich sehe ihn nicht hier kommen übelste Schüsse schießt du da? je 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 hab ihn geil ja dann greift die Knarre ja dann greift die Knarre B-Ock wieviel B-Ock Leute sind denn drauf? da hinten kommt schon wieder einer runter da hinten kommt schon wieder einer runter bist du geschossen? hm achso ja klar ich hab gut geschossen da oben rennt einer mein Gott der Zombie ja man fällt aufs Maul wenn ein Zombie schlägt ja die könnte ich im laufen wegpunchen so wie vom Fahrrad ab ja wo ist denn der Typ jetzt hin? dass er eben grad noch gelaufen ist letztlich wieder da steht ein Quad bei der Feuerwehr rennt irgendwas da ist ein Zombie rennt zu zu mir toll da oben da ist ein Sniper in der Fire Station drin hier bei uns denn? ja bei uns die Feuerwehr ja ja ich seh gar keinen da oben drin ach ist einer rechts oder war er eben ich musste mich jetzt gerade um den Zombie kümmern ja hat sich nix bewegt doch der war da glaub mir ah der hat sich gerade rausgepacken ja ganz oben ist er jetzt du hast ihn gehittet oder irgendjemand ja ja ich hab ihn gehittet jetzt geht er runter der verbindet sich ja komm probiere runter zu rennen jetzt geht einer von unten hoch jetzt geht einer von unten hoch jetzt geht einer von unten hoch das ist ein Zombie ne ne hab dem Typen ich hab dem Typen die Beine gebrochen der wo rein gegangen ist ja 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 der liegt auch jetzt auf dem ersten Stock der liegt auch jetzt auf dem ersten Stock der verbindet sich auch die hängen übereinander haben Leute er wollte mich gerade er wenn er gerade zu mir geguckt dachte wahrscheinlich ich was da hinter der Feuerwehr ist wieder ein Airdrop runter da hinter der Feuerwehr ist wieder ein Airdrop runter ja ja der Typ da oben der Sniper ist aber immer noch nicht runter ne wir sind immer noch in der Feuerstation ganz oben drin wir sind immer noch in der Feuerstation ganz oben drin ach so den hab ich den hab ich ach so jetzt down den hast du willst du mal gucken was der für ne Waffe hatte wenn der ne ordentliche Sniper hat wär das ganz cool der Spot von dir der ist so doof aber irgendwie findet die knapp der Spot von mir ist blöd ja an dem Busch falls du da noch liegt ja ich lieg da noch irgendwie haut mich keiner weg ah jetzt hab ich's zu laut gesagt der hier hatte schon mal gar nichts zu tun der hier eine SA 58 V des Sitzenden ist das keine Sniper? ne in MG ah schade denn nicht ah warte ich kann schauen ob er Blut dabei hat Blutkonserve nice ich bring dir gleich eine vorbei woher weiß man denn hier eigentlich wie ob man die richtigen tötet oder nicht gar nicht indem du Punkt den Minus kriegst oder bloß hm ja das ist ja das doof wie willst du denn hier Hero werden? ja Hero sind die Leute die gar keinen killen ach so sind da die Typen wo nur Bases waren und anderen helfen und so die langweilern ich glaub hier kommt schon wieder ein Zombie auf mich zu ja oh da ist ein Airdrop direkt bei der Fire Station bei der Kleinen bei der Kleinen und zwar um mich rum rennt ein Scheiß Zombie zumal die ist ja mich in Ruhe mhm da ist ein Spieler ah das bist du oh mein Gott warum ist dein Namensteig so weit oben ey ja dachte vorhin auch bei dir in der ernsthaft direkt zu mir? nö ok der Zombie bleibt hoffentlich an dir dran ja sieht so aus das ist schön also die Position das ist schön oben hängt eine ähm von dir circa 90 Grad links am Wald oben rennt einer ich leg schnell den Scheiß raus 90 Grad links was denn jetzt? die Hinterlager sind ja der haut nicht das Viech ach so dann haut du uns beide hm ne mich haut doch nicht hab ich mich jetzt verjacht alter so der rennt da oben über die Wiese das ist zu hoch circa 90 Grad von dir links ja da kann ich nicht gucken weil der Busch ja der hat sich sowieso grad irgendwo hingelegt oder verkochen im Busch was ist denn jetzt hier los? oh jetzt ist schon wieder ein Zombie neben mir äh Tarpot vorbei das finde ich halt so cool dass wenn du ruhig bist und dich nicht bewegst die Zombies dich nicht unbedingt wahrnehmen hast du grad geschossen? ich hab den Zombie gekillt mhm kommt ein Fahrzeug oh ach der Typ hat sich eins gebaut wo ich gemeint hab jetzt fährt er da oben lang hm und er überschlägt sich na da kommt wieder einer hinter der Fire Station runter unten so weit hinten an diesem kleinen Hochhaus jetzt ist er unten bei dem Turm noch einer alter das Aim mit diesem scheiß MG ist natürlich scheiße ne schießt du jetzt noch Zombies ab oder hast du jemanden? ja wird beschossen ja ich bin tot wo war der denn? irgendwo Richtung Schule links neben dir irgendwo Richtung Schule da wo wir herkommen so knascht Richtung Besser ja ich kann hier schon wieder nicht einsehen oh nice jetzt bin ich gleich hier oben gespawnt weil das öfter man stirbt desto weiter respawnst du innerhalb von Cher Norris was ist denn los? will jetzt keiner mehr auf die Fire Station? hallo? da passiert nichts versprochen ja da bist du wieder seh ich da bist du wieder seh ich masker dieser kaos bill ist da wohl immer noch irgendwo da oben rennt wieder einer aber immer so weit weg Leute, damit kann ich nichts anfangen na leil so was? der ist direkt hier wo ich die Rand bin er springt jetzt übern Zaun, rennt quer über die Wiese zur Feuerwehr, ist gleich bei der Feuerwehr hä? gerade aus vor dir ich seh nicht guck auf die Wiese Richtung Feuerwehr wo ich grad rumgehe der Rand bin ja da, warte ja ich seh ihn ja klar, ich spawn fünfmal hintereinander auf der Wiese jetzt wo ich spawn, ich wandle ha 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 also ich hab ihn auf jeden Fall gehittet die ist sehr zielgenau muss ich sagen, oder? da ist er er hätte gedacht du hast ihn auf ihn geschossen oder was? keine Ahnung hast du neben mir geschossen? mhm ok ja er versucht immer noch rumzutänzeln, er versucht mich zu kriegen jetzt ich werd ge- mich haut hier irgendwas an oh fuck kannst du mich saven kurz? oh was? ich hab keine Munition mehr oder Zombie macht mich kalt hier äh ich bin viel zu weit weg, ich hab nur eine RMP wo ist der Typ hin? hä? hab ich grad nen Bug? die haben ihn ja ich seh schon ne Kyler nein die haben keinen Außen ok ich geh grad an seine Leiche mk12 mk12 ok abp's dich doch mal diese Drecksamm die Viecher man ich hab nur noch 20 Schuss bring dir schnell ne Waffe vorbei du brauchst mir bloß ähm die hier die die 30er Max ähm weißt du wo ich mein Standard vorbeibringen? mhm die findet man eigentlich relativ oft da oben kommt glaub schon wieder Chaos bei dir ja da hinten ist ein Sniper wieder ah die bewegen sich aber alle zu weit weg Fahrzeug? ich ok da kommt wieder einer runter direkt bei der Fire Station und da rennt auch wieder direkt einer hoch alter nicht so weit hinten Leute auf dem Berg Capacau ich für neben dir was nicht in die Waffe oh cool, danke oh der hittet mich ja haha von wo hat er dich gehittet? ja von der Wiese wo einer runterkommen ist hast du ihn gesehen? oder hast du nur auf den zombie geschossen? zombie? ich muss mich verbinden, nur noch 2000 bluten hast du nicht eine blutkonserve gefunden? hm? hast du eine blutkonserve gefunden oder nicht? mhm nutzt sie doch ja in der zwischenzeit war ich schon tot, ich muss meine mitnehmen oder hinten an der feierwehr schon wieder eine runde hat die mk12 ein gutes scope wenigstens ich benutze ihn nicht, hab ein bisschen standards rausgezogen wasser oh was denn? hier direkt einer sitzt einer am du musst mir sagen was in der bus halt hier drin ja du äh die bus halt kann ich nicht sehen weil die Wand davor ist ne? hahaha mit ner pistol nächster mit ner pistol hahaha du kleiner sack du kleiner sack alter bist du dit? ja zombies jetzt hab ich halt kein blut mehr, jetzt müssen die für mich gut dabei haben müssten sie auch stimmen hinter mir kommt einer runter hm, Fallschirm ja ich nehm' noch den늘 direkt auf mich drauf der hält direkt auf mich drauf ja ich nehm noch welche Which Blutene er landet direkt neben dir ich weiß ich sehe ihn hab ihn versucht zu hitten, ist wieder der Map-Megili er kommt hinter der Wand, warte ich hab ihn dreimal gehittet, alter oh, er hat mich getötet, als ich nachladen wollte oder ne, Quatsch, ich hab meinen Feuermodus umgeschaltet pass auf, geh hin da er kann nicht mehr so viel haben der rennt weg jetzt der rennt jetzt die Warngleise in die andere Richtung hoch sicher? ja, ganz sicher, glaub mir äh er steht halt immer noch an der Mauer Kacke jetzt rennt er zur Leiche meiner mh, da schießt einer hier an ihm zu Leiche oh Gott, das ist gut ja scheiße, mich hat nochmal einer gekillt ne, das war gut, äh mit einem MG kriegst keinen Downer weil dann zwei Stück hintereinander mit Pistel äh 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 jetzt labt er sich an meiner Leiche da kommt einer mit irgendwas da fährt einer mit irgendwas da fährt einer mit irgendwas Möse, rata gg gg äh da ist der Typ äh äh ach ist das der Ernst äh man er hat mich er hat mich wieder es kann nicht sein Ernst sein Mann wo bist du denn? auf dem Berg oben was du da? ah Mensch pfff liegt der jetzt da wo du lagst oder was? pfff er hat mich getötet wie doch er lag da ja was ist das da hinten? ach ehrlich ey äh glaub ich se wo er liegt lag der zwischen der Mauer steht meine Fresse ey ja er ist es ich hab ihn muss nur nachher nah genug rankommen er bleibt halt stumpf mitten auf dem Hof liegen äh 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 ich komm jetzt auch wieder dazu das ist ne Leiche das ist ne Scheiße das bin ich meine alte Leiche das ist meine letzte da hinten da hinten liegt meine noch ältere Leiche da hinten liegt meine noch ältere Leiche und hier irgendwo stand da und hier irgendwo stand da Dreckszombie alter ja ja er läuft ja schon wieder auf dich nein das sind die Zombies hier die so abnerven er rennt hier durch die Wand und fall um Junge guck mal eben schnell ob meine Leiche noch ein bisschen was hat oh Gott oh er hat mir meine Waffe gelassen hm meine Waffentasche auch die haben wir alles gelassen das ist ja ein Lieber meine Waffentasche auch die haben wir alles gelassen das ist ja ein Lieber so lege ich mich jetzt hier wieder hin oder ja ich lege mich in meine Leiche das ist schlau ne würde ich jetzt mal so sagen die einen denken ich bin tot die anderen ja die erschießen mich halt da hinten rennt wieder der Typ der schießt ihn jedes Mal ab da hinten ich glaube da ist ja gestorben ne Aua Aua hinter dir ballert was hinter mir hinter mir ist meine Scheiße hinter mir ist meine Scheiße auf an 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 Vorraten Ah, Elektro ist aber eigentlich gar keine Sehenswürdigkeit Was ist der Typ? Wie viele Leichen hier oben liegen Also, hier ist auch ein Feuerwehrschornstein, äh Feuerwehrschornstein auf dem Schornstein oben Hä? Da, hinter dir auf dem Schornsteingebäude Warte Ja, check, er geht runter, ne, der Zombie geht runter Wo liegt denn der? Genau, ach da Aufste Ne, das ist ein Zombie, oder? Der Licht, das ist doch kein Spieler, das ist ein Toter Dann hat man ihn erschossen, der hat auf mich Tut mir leid Der, ja, der liegt tot da, glaub ich Der Zombie krepelt da Da schießt immer noch einer drauf rum Ich So, er ist tot Du bewegt sie ja nicht mehr Du bewegt sie ja nicht mehr Also, mit der ordentlichen Sniper wäre die Pose hier bestimmt richtig gut Oh mein Gott, hier rennt schon wieder einer Direkt bei dir? Ja Er ist da rein verschwunden, jetzt spottet er auf mich, scheiße Dann renne ich halt hier übers Feld, dann denkt er, oh das war der, okay Ich bin grad hinter dir Wo ist er verschwunden? Ja, äh, wenn du die, du siehst da die Mauer, dann ist die Mauer irgendwann zu Ende Dann geht's nach links ja weiter und dann fängt eine andere Mauer an und da ist der rein in diesen kleinen Spalt Links Links an der Mauer, genau, bei dem kleinen gelben Häuschen mit Da ist der rein gelaufen, genau Nicht mehr da? Mhm Der war ziemlich gut equipped, muss ich sagen, also Der sah gar nicht mal schlecht ausgestattet aus Ja, der kann natürlich nach links auch komplett weiter gelaufen sein, das habe ich so schnell nicht gesehen Das ist halt das doofe, wenn du diesen Visiertunnelblick kriegst, ne? Mhm Du guckst nur noch durchs Visier Hier steht er auch nicht Hm Erwischt habe ich ihn aber glaube ich nicht Vier Minuten zu re-re-restart Eigentlich müsste ich mich irgendwo hin verpieseln, wo ich gleich spawnen kann, ne? Ja, da randt die Straße komplett weiter Ja, da kommt der Hummingbird Und er schießt auf mich Ist das der Hummingbird, der schießt? Mh-mh Ne, da hinten laufen richtig viele Spieler Irgendwann richtig viele Spieler Guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Das wird schlecht. Das wird so schlecht. Das sind wieder die Anfangs-Server-Probleme. Und die habe ich oft am Anfang, da habe ich ganz oft gelbe Kette. Ja, das war... Nein, endlich... Nein, endlich... Das hat er... Das hat er... Das hat er... Ich bin wieder da... Ich bin wieder da... Okay, noch ist hier... Okay, noch ist hier... Okay, noch ist hier... Was... Ich glaube... Ich sehe... Ich bin wieder... Ich bin wieder da... Ich bin... 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 hier sind halt noch militärische Zelte hier sind halt noch militärische Zelte ich hab immer so'n Glück wie die meine Sachen liegen lassen ach die sind so gut zu mir ich hab schon wieder mit der Leiter Probleme all right orange und so B wie er ernst da zum Waffe ziehen aufstehen muss Kaffee ist doch was schönes super wie überlebst du das nur ohne Kaffee hm keine Ahnung ich werd glaub auch Kaffeesäufer weil ach auf Arbeit hier Kaffee 60 Cent also Cappuccino oder so'n Scheiße das geht ja noch aber Kaffee so bleh ja ich trinke ja auch immer ungefähr wie soll ich sagen 60-40 also 60 Kaffee ja weil sowas kann ich gar nicht haben so ne ganze Tasse Kaffee und ne Schluck Milchwein ne also da muss schon schon ein bisschen Milch isst ich mags auch so wenn ich die Tasse voll hab ich trinke auf Arbeit auch immer ne Kanne also eine Kanne für 8 Stunden ich glaub eine Kanne für 8 Stunden also das ist so am Tag ne denn noch eine ein eine Nespresso für nach der Arbeit zum entspannen so ungefähr und wenn ich zocke halt dann muss Kaffee irgendwie sein jetzt nicht wegen dem Koffein selbst einfach nur damit ich mich wohlfühle ich muss immer ein heiß Getränk haben hm wenn ich gegen Kaffee hab nehme ich einen Tee aber Tee ist halt nicht so meins waaah 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 ja mach die Autami spricht ja hingegen ich hab mich ganz kurz erschrocken für ne Sekunde haha ganz kurz ich denk so huh muss ich nach einem Video mal gucken wie ich da geguckt hab in dem Moment haha warte warte ich kann ja schnell gucken ist ja die Verzögerung drin ja aber so stark ist die Verzögerung nicht geht schon hm wahrscheinlich sind meine Augen bloß erstarrt kurz und dann so hm ja du hättest mir auch sagen können dass ich bei Twitch ähm aktivieren muss dass der archiviert damit dann speichert er die Videos hab ich selber nicht an ja warum nicht hm weiß nicht machs glaub mal an dann hab ich auch ein paar Videos drauf da hinten läuft einer ähm ist jetzt gerade links von der Feuerwehr an dem Schornstein vorbei das sind das sind 600 700 700 700 700 Meter glaub ich der kommt aber immer weiter auf uns zu hä bleib hier zwischen den Gleisen liegen das ist auch ein geiler Spot ja ich versuch das irgendwie ein bisschen im Auge zu behalten das dumm ist halt dass die Karre da so gut geparkt ist danke danke die Karre könntest du eigentlich hinter mich fahren hab ich mir hatte ich eigentlich auch vor aber die ist hier stecken die scheiß Ding ah jetzt überfahre ich dich gleich glaub kann mich hinten lass mal keiner sehen ach guck mal hier steht ein Auto ach da liegt noch einer töten wir den gleich noch ja so ungefähr ich glaube jetzt bin ich relativ auffällig das Auto na ist egal ich probier's aus wenn ich jetzt öfter sterbe als vorher dann weiß ich Bescheid ich muss auch irgendwann mal wieder eine Runde Standalone spielen das ist schon ich hab die Winchester schon die ganze Zeit ne ich muss damit langsam mal ein paar Leute kämen hm ich hab bis jetzt noch keinen gefunden ich bin mit der jetzt auch bloß rumgerannt aber hast du einmal so ne gute Knarre bei der Standalone traust dich kaum noch raus ne ja jetzt hängst du da im Busch wirklich und flayst jedes Blatt an bitte verdeck mich noch ein Stück mehr sind jetzt grad nicht mehr so viele online oder was ist hier los ne relativ mau hm ja viele sind nicht mehr da ja gut ist ja auch schon ne beachtliche Uhrzeit ne ja bei dem letzten Start werden sie sich gedacht haben ok heute ist Schluss ich hab euch auch erst gedacht und dann dachte ich mir so ne komm das lief grad so gut ah das funktioniert hat mit Diablo am Airfield komischerweise auch gut funktioniert äh ich bin der Idiot der vorne rumläuft kill halt die wo mir in die Augen fallen und hol halt immer Muni und so ran und dann lenke ich sie von Diablo ab und dann klappt es mhm das ist das was Dominika auch immer sagt ne welche die aus der Ferne beobachten mit und die anderen die so nahe kampftechnisch vor Ort sind so hast du halt deine Spotter die gleichzeitig dir den Rücken freihalten können und können dir auch gleichzeitig sagen wo die Leute sind damit du dann im Endeffekt schön die Kills abgreifen kannst ne und dann dementsprechend natürlich den Loot ja der Typ ist lost in space ne der müsste da eigentlich irgendwo bei der Fire Station rumrennen ich weiß bloß nicht der ist ich werd erschossen nein nein du hast da aber mich getroffen glaub ich ne hast du nicht ne den so nicht meine Güte das ist dein Tag Alter ok gut zu wissen kann ich schon mal nicht auf kurze Distanz schießen im Sitzen also dein Tag ist so weit oben ne äh bei dir und Pullis auch ich dachte schon jetzt wischst du in einer Treppe schießt du immer noch auf das Vieh? auf ein anderes da ist ja eh nix los hier der Heide muss ja noch irgendwo sein der Heide muss ja noch irgendwo sein dass du n Schalli drauf hast? mhm dann dürfte er dich ja gar nicht so weit führen heeeey hier redet einer mit mir hehehe ich wollt bloß schauen ob man das so weit hört alter du hörst dich du hörst dich du hörst dich hast du verstanden was ich gesagt hab? heeeey hab ich bloß verstanden ok ich hab bloß gedacht boah wat also deine Stimme hört sich ingame definitiv nicht so an wie nicht so wie nicht so nicht so wie jetzt im TS hehehe liegt vielleicht auch dran dass ich ein 5 Euro Headset benutze oder ein 5 Euro Mikro das mag vielleicht daran liegen oder ist echt nichts mehr los jetzt hier mensch was soll denn das? wo wo hoops denn sieh denn rum? haaah kein Schwein da hm 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 du erschreckst mich jedes mal wieder ne hm kleiner Penis alter echt suck man ich glaub wir müssen uns hier gleich mal verpieseln wenn hier nichts ist ist kein Schwein da mensch so Elektro ach man ey ich wollt den Heli da hinten haben du musst doch den Bär steppen hm ich hol dich mal mit dem Auto ab hm ich hol dich mal mit dem Auto ab so ich sag grad auch du willst mich diesmal verarschen ne ne Aua oh die sink oh die sink oh wie sau alter wiii hi püppchen na wie viel war was war was in dem Dings drin war was in dem Dings drin wir mal kurz da reingucken nichts hast du in den military cell schon geguckt? hm hier liegt ne galil hier liegt ne galil oben wieder nix wow 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 bitte jaa ne m14 hier liegt nochmal ne hier liegt ne acr recuo m320 also mit gonad werfer dingensens und schally ich hab jetzt ne waffe die packe ich mir mal eben im rucksack was ist das denn? blutkonserve antibiotika äh die braucht 30er 6 na egal nehm ich mal mit hast du noch blut oder brauchst du auch eins? ich hab keins mehr aber ich kann ich leg vor das auto eins hin magp magp liegt hier noch so oh hier ist auch noch ein zelt was liegt da? masada ist silenced auch mit nem oh nein auch mit nem scope wo gammelt denn der maust und das? guck gleich mal auf karte vielleicht ist da ja dann was los pfff der ist unten oben bei wie wurde ne bei pustoschka ich hab ja bekehrt so killen die sich denn da wey die sichs auf der rückse ist wie so ein paar scheinen da auf der rückse ist wie so ein paar scheinen da schnäller naja ich geb schon was ich kannt mensch und nächstes mal füll die minibar auf ja haha willst nach balotha schauen hab ich mir jetzt so spontan gedacht los die 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 Straßen sind leergefähig, ich könnte davon ausgehen, hier ist irgendwas passiert. Ach, ja. Ja, ja. Noch mal das gleiche Gewehr, was ich jetzt schon habe. Noch mal die Busch. Da ist noch ein bisschen extra Muni, die ich gerne nehme. Ja, ansonsten war ja nicht viel. Ich möchte mich so langsamer angucken hier. Jetzt bekomme ich erst mal in... Na, jetzt kommt es schon ein Ding. Nach den Gebäuden da vorne ist schon Ballot da. Ja, Czernogroski ist hier ja nicht so groß. Wie auf Standalone. Das ist sehr viel, ne? Ja, WTF, seit wann stehen hier Burgen, die haben sie auch neu reingemacht, ne? Vielleicht ist da ja irgendwo ein Heli, dann kann man noch zum großen fliegen, falls hier nichts los ist. Oh, hier gibt es gar keine betonierte Startbahn. Sind wir ja schneller mit rennen, ey. Ja. Ja, jetzt geht's. Ja. Ja, gelootet hat hier schon jemand. Ja, das mag wohl sein. Ich muss da irgendwo auch mal wieder eine ordentliche Sniper rumliegen. Ich meine, ich kann da mit der Knifte zwar ganz gut umgehen, aber... Gleich ein Header. Puh. Dann war's das mit der schönen Ausfahrt. So ein richtiges Russenauto, ey. Das stylische Radio. Jetzt hier, jetzt kommt betonierte... Was da vorne? Ah, Busch. Alter, ehrlich. Hab wohl gedacht, das steht ein Fahrzeug. Puh. Hier geht's noch langsamer. Ja, hier geht er jetzt ab. Ja, nein. Da setzt dann der Kompressor ein. Ja, genau. Oh, Baba, warm. Tja, und du? Kein Heli, wieso? Ah doch, da unten in der Stadt ist es doch immer einer, oder nicht? Nicht, ja, egal. Was? Ich wollte sagen, Fahrfeldweg, aber... Ist ja grad scheißegal, fährt eh langsam das Ding. Guck'n wir mal. Hier ist noch... Oh! Schnell aufs Auto. Oh, ich hab das kaputt gefahren, wir müssen eh aussteigen. Ja. Toll. In Golf. Golf. 4. FN Fall? Wo ist da ne... Das da wird... Im Kofferraum. Ja. 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 Bestimmt diese nicht befugt, oder? Doch. Ah. Wie geil ist das denn? Ja, dann fahr da weiter bis nach Kamenka und dann rechts hoch, da kommen wir ja... Seleno und dann Vibor. Oh, der geht ab. Huh. Oh, ist das laut, ich setz mich rein. Hey, ich wollte wieder hinten sitzen. Die Texturen, ey, von dem... Auch kein Geländewagen. Alles klar. Ja. Mann, Mann, Mann. Da fährst du die Wiese, dann bremst du von 100 runter auf 10. Hm. Hier rechts geht's hoch. Tch. Tch. Das Ding hört sich auch an, als ob es aus dem Blitz, dann schwein verhebt, ey. Ja, gleich hab'n Kohlenfresser. User disconnected from your channel. Da Horn se-Tch. Ja. Fen Carter kam. Tch, oh mein. Wie ist lang? In, 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 in. Und geradeaus. Und geradeaus. Rechts. Ständig Elektro dran. Na gut. Eneno Pro oder sowas, so wie mal Celino Cross geschrieben. Schlimmste FPS steuert ein ganzes Standalone. Der Zeiger vom Geschwindigkeit, als ob auf 100 km h geregelt wäre. Bis zum Erschlag. Ja, ist klar. Hier. 70.000, äh, 7.000 Umdrehungen. Mhm. Ist halt echt Kolbenfresser ein Kompli. Ja, da ist doch die Feuerwehr. Wo der Knast in der Standalone steht. Wo du überfallen wurdest. Mhm. Hast du jetzt gesehen? Military Zelt? Was ist da? Ich hoffe halt immer noch auf ne ordentliche Sniper. Und hier sind ein paar Zelter weißt du. Ne ordentliche Sniper? Guck mal kurz auf die Karte, dann können wir einen Abstecher machen. Na klar. Macht keinen Unterschied. Machen wir halt einen Abstecher zur Military Base. Was ist das hier? Ne? Ne Masada. Ja man, das ist doch ne Idee. Wir machen Abstecher zur Military Base und auf dem Weg nehmen wir noch den Most Wanted mit der ist da in der Nähe. Ja. Du hast alles was du brauchst heute. Ja, die M14 ist richtig geil. Schmerzmittel brauche ich dann noch. Wohin? Links. Wohin? Hey. Wie 얼�an. Wir sind auf. Wenn's die Augen? Ja. Wenn's das überledigter aus Kungletchirm? Ja. Nrhaltung. Auf du noch den Birod. Hilfe. Kommt auf. uin! Mal! Abstecher. ich stelle mal schnell das Archivieren an, habe ich auch mal ein Video gekümmert vorhin hatten wir einen Zuschauer, der parallel unsere beiden Streams geschaut hat ja, wir hatten vorhin einen Zuschauer, der hat parallel beide unsere Streams geschaut ehrlich jetzt? ja das wird einer von unseren Leuten hier gewesen sein, oder? ne ne, gerade ich schaue ab und zu immer wieder raus gerade eben war StuDev oder so hieß er der hat unsere beiden Streams die ganze Zeit geschaut, wo wir da Action hatten in Elektro was ist denn? hat mich gewundert, dass er bei mir auch noch zuschaut, weil bei meiner Quali ja gut, war interessant zu sehen, aus welcher Sicht du das siehst, ne? diese Quali erstmal relativ egal und ich denke mal um die Uhrzeit leider nicht allzu viele noch Streamen waren ich habe auch drin stehen, als ich mit dir spiele vielleicht deswegen auch noch ja äh ob jetzt sind wir schon vorbei? lol falsch gefahren zurück und dann rechts und dann rechts die nächste steht dann links ich glaube nicht, dass das die... doch... kommen wir daher? ne? ok achso, wir sind von Celeno schon scheiße gefahren, ok äh, das ist... äh, gleich kommt wieder befestigt die Straße ja, gleich ist gut, ok mhm sag nächstes mal Bescheid, zieh ich die Reli-Reifen drauf äh, aber die spring mal raus anschieben was steht da? mit 30 alles klar alles klar und sonst ist ne relativ bemühtlicht hier, oder? ah ah, man kann ja nie wissen, wenn hier Wildwechsel ist hier wieder so ne EQ oder so 2.250 Kilometer hat er schon runter haha ne, ne, 81.697 2.250 aktueller Trip 3.500 Umdrehungen, sagt er, fährt da gerade hört sich aber ein bisschen weniger an ja fährt wie ein Traktor ja hallo und herzlich willkommen zum Eurotrack Simulator die sagen, die kein Auto fahren, richtig, ne? ah, tja ja, ich mein, ich hab genug ne, aber wenn du Grid und sowas spielst dann merke ich schon also, schon ziemlich realistisch ja, das mag ja sein, ich spiel hier auch nicht ich hab Need for Speed mal gespielt, oder was? ja, bei Need for Speed und so funktioniert das ja auch ja? ja aber ich mag so Force Feedback die Logitech Force Feedback sind jetzt für fast alle Rennspiele kompatibel man kann sogar mit Landwirtschaftssimulatoren so einen Trecker steuern, ey tsch ja, vor 2 Jahren hab ich das auf der Tuning World die sehen das Force Feedback Wheel hab ich da konnte man so Rennen fahren und an jedem Messetag gab's halt dann beste Preise für den der Erster war da gab's halt so 4 Kabinen dann konnten alle gegeneinander fahren dann hat's die Bestzeit gespeichert und am Ende vom Tag hast du halt rausbekommen wer gewonnen hat jetzt rechts ah, es war richtig heftig mit dem Force Feedback Wheel wenn der den Grip verloren hat ging's Lenkrad halt leicht und ich wusste das halt nicht da hab ich mir so den Daumen verkränkt, ey ich dachte das wär halt so ein normales Lenkrad wie bei Playstation 2 damals ich fahr da so auf einmal macht es zack und mein Finger war drin ha 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 ah hab mich schon fasziniert wie links hinter uns links hier geht's links hier geht's links ahja der fliegt weiter Richtung Sillino da vorne ist ja schon die base das ist da rechts ich finde es gut dass du so rücksichtsvoll fährlich und kein raser bisch hier war noch keiner bei der torre sind zu ich kann halt nebenher rennen hier steht halt so ein fetter ding mohawk drin was auf meiner seite steht mohawk zum fliegen da hinter dir kann man ja gleich nehmen hier auf dem dinge ist gar nix kann da was sein ja hier spawnt waffen da rum mhm du brauchst schnacks noch gell die erde ich bin wirklich voll damit und die zelte sind aber ziemlich leer ich hab ne geile sniper für dich mit charlie ja alles gut ich pack die mal in den knack und auch die auch 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 Ja geil und Muni für mich Perfekto Entfernungsmesser bin ich auch für dich Ah meine Seite ist fertig Ah ne ich hab ja noch meinen Bunker Ruh Ah 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah ja, DMR-Scope. Da is it. Mit Schali. Bis gleich. So, was ist hier denn? Da hinten, ne? Wie? Die sieht aber schick aus. Das ist... Alter, ist das ein riesen fettes Teil, ne? Das ist... Kacke, ich brauche noch Schmerzmittel, ich muss mal kurz hier rufen. Schmerzmittel lagen in den Apothekerzelten ohne Erinnerung. Bei mir gab es keine Apothekerzelte. Alter, die ist ja... Die ist ja nicht mehr normal, die Knifte. Wie groß ist denn die? Auf 1400 Meter kann ich stehen. Mhm. Hi, holy shit, ey. Das ist ein ordentliches Ding. Ja, klar. Läuft 10 Meter vom Zombie vorbei und krieg eine mit. Was machst du da jetzt? Wie schnell Schmerzmittel wollen. Achso. Gleich noch ein Fahrrad mitnehmen. Blutkonserve hast du, oder? Ja. So. Was ist der drück? Ja. Oh! Ui! Oh, was ist das? Lol! Das Kackteil bestand zu weit vorne. Ich verliere Sprit. Ich muss runter. Ich muss das Ding erst reparieren, wieder. Fuck! So n' Scheiße. Ich muss hier reparieren. Kann man das Ding reparieren? Hast du n' Werkzeugkoffer? Nee, scheiße. Gut, dann geht's weiter mit dem Auto. Oh, nö. Oh, was steht das Ding denn auch so weit vorne? Ah, da hinten stand n' Jeep. N' Jeep? Mhm. Okay. Ja, n' Jeep, so n' Toyota oder wie das Ding heißt. Hm. Hm. Ich war auch nicht schlecht. Du musst halt nach rechts jetzt. Auf den Weg. Nach rechts? Rechts, da querfällt ein Berg hoch. Ist kein Weg bei mir. Ganz oben rechts. Einfach jetzt... noch weiter rechts. Da wo die einzelnen Tannengruppen stehen. Die drei da, ja. Kommt ein kleiner Weg. Ja. Hä? Recht. Nee, nicht recht. Gerade ausgeht. Warte. Ja, ich mach den. Ja, ich mach den, ja... Ich mach den kurz さren. Boy, die zwei fahren... Einer trying... Aus... 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 Jetzt hab ich aber eigentlich geguckt, ob da Klawatten rumladen. Wo wird's grad noch wie bohr? Wo wird's grad noch? 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 das ist nicht Pogorefka, das wiebo ach stimmt ich hab ja noch deine Entfernungsmesser dann kannst ja mal gucken wie weit das ist für ein Arsch hier ach doch das stimmt oder eigentlich hätte ich ihn können und du schießen aber eigentlich ja die Sniper sieht so krank aus Heli aaaah nee hau bloß ab der hat der uns gesehen oder warum fliegt der jetzt auf einmal so langsam 1000 Meter sinds auch bloß Tower ja und die ganzen anderen kannst du nur auf 800 Nullen maximum die Sniper hat sogar ein Ding ein Laser an der Seite das sieht so gescheuert aus die hat einen Scope drauf schon Long Range und dann noch wie so ein Fotoobjektiv mhm da rum renntut aber auch kein Schwein ist ja echt komplett tote Hose hier da rum überall da rum wir könnten ein Ding ausmachen im Site-Chat halt ob wir uns irgendwo treffen in irgendeiner Stadt wer noch pvp machen will wer noch pvp machen will mhm Most Wanted hat sich sowieso ausgelockt ja der hat doch survived echt? ach so ja den haben wir ja zu lange keine mal die Sniper sehe ich der Hammer also sehen tust du mit exzellent schlistig ah und halt das schön die DMR Scope drauf ah hat halt das schön kommt der Heli wieder? kommt der Heli wieder? kommt der Heli wieder? ne da hinten steht ein türkiser ein türkiser äh Heli na der gehört oh haha da ist grad einer in die Luft geflogen der ist Gotti der ist Gotti der ist Gotti Jr wie hat er das geschafft? auch nur im Flugzeug? keinem ach der hat versucht die alte Maschine da hinten zu starten so doof war ich auch schon die ist komplett am Arsch und dann fliegst los dann kommst du in die Luft und denkst dir so ja mann es geht und auf einmal bomm da hinten liegt auch noch ein Toter und das wird seine Leiche sein denk ich mal ne die liegt direkt im Schutthaufen drin ne die liegt direkt im Schutthaufen drin lass auf wenns Feuer ausgeht ziehschiss jetzt müsste es seine Leiche sehen wenn sie nicht im Blach liegt ne ich seh die Leiche nicht nicht richtig also ich seh auf keinen Ansatz ne so ich wollte da hinten grad mal hinrufen was war das jetzt das ist das ist kein Ding das da hinten ist kein Absturz das ist ein Helidrop sonst würde das nicht noch rennen sonst würde das nicht noch rennen na vielleicht ist was schönes bei lass mal hingucken das ist ja eh nichts na fast runter gefallen ja desink desink und auf einmal stand ich auf dir drauf ja ich bin runter gefallen und ich bin fast tot alter Schwede 3000 wahrscheinlich noch gell 4800 noch was ja so ich ne mal eben schon jetzt brauche ich Morphine und Schmerzmittel ja hab ich alles ja zum Glück na fast runter gefallen na fast runter gefallen ja scheiße ja so 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 ich denke aber der Helis wird doch letzter Anlaufpunkt warum kann ich die Kamera nicht jetzt dass der Team mal wieder feststellt ne äh wo war das jetzt da ungefähr wo du ein bisschen weiter rechts so ja da links ist es wieder die dort los die noch die 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 oh man ich habe es nicht verbracht, ach das liegt hier so weit weg was ist das? hier ist noch ein sniper noch ein Sniper eine M110 silenced hier ist eine M110 auch silenced Joll muss halt mal schauen M12 auch muss halt mal schauen was ist deine Frist lol muss mal hier hengucken ist bei dir auch die Animation da als wenn er schießen würde aber nur auf deiner Seite liegen irgendwie war ich meine ja nicht ach doch hier eine HK33 hm hm hier liegt sogar deine Knarre lol nochmal nimm sie doch mit nö ich will meine M14 behalten dann nehme ich die mal für Diablo mit ja die ist geil auf Distanz und auf Merkampf die ist geil auf Distanz und auf Merkampf Diablo liegt wie gesagt auf dem Burgturm wo wir grad waren hat sich da ausgelockt mit mir mhm lol ich war ja 8 gerade alter jetzt kommen sie an ich hab für die ich hab für die ein bisschen zu wenig Munition als dass ich mit der rumballern würde hm hm ich hab für die 5-6 Schuss irgendwo ein Zombie irgendwo auf dich ok mit dem scheiß Ding ist man instant down da unten was sind denn das 200 Meter 100 ja 100 maximum lol lol das Ding hört sich halt so an wie die Sporter das macht nur blub ja ja man hört nichts nicht schlecht ey letztens hatte ich eine Knarre die war silenced auch so eine dumme Sniper und dann hat Diablo gesagt das Teil hört sich an als hätte ich kein Schalli drauf hat wirklich geknallt wie Sau hm na gut dann die Waffe merken die ist schon mal geil so hk 210 oder sowas was ne das ist die hk äh die xxm 2010 ah xxm 2000 xxm 2010 nv sd keine ahme nightvision hat die auch noch drauf oder was warte mal ja ach du heilige scheiße ja die ist voll getuned deswegen ist auch der Kasten da an der Seite gut naja oh Gott aber Sinn für dich